Wussten Sie, dass Sie Ihre Tolino Lesegeräte und Online-Bibliothek vom Computer aus verwalten können? Mit dem Tolino WebReader geht das ganz bequem. Öffnen Sie den Tolino WebReader in Ihrem Internetbrowser und loggen Sie sich mit Ihrem Kundenkonto ein. Nach dem Login können Sie auf Ihre gesamte Online-Bibliothek zugreifen und Bücher jederzeit flexibel über Ihren Laptop oder PC weiterlesen. Doch damit nicht genug. Der Tolino WebReader verfügt über weitere praktische Funktionen. Mit dem Tolino WebReader können Sie mit nur wenigen Klicks all Ihre Lesegeräte verwalten. Öffnen Sie dazu im Menü Mein Konto und klicken Sie anschließend auf Geräteverwaltung. Sie können insgesamt fünf Lesegeräte mit Ihrer Online-Bibliothek, der Tolino Cloud, verbinden. Dies können neben Tolino E-Readern Smartphones und Tablets sein, auf denen Sie die Tolino App verwenden, oder ein Notebook oder PC, in denen Sie den Tolino WebReader geöffnet haben. Wenn Sie ein Gerät entfernen möchten, um Platz für ein Neues zu schaffen, klicken Sie in der Geräteverwaltung einfach auf Abmelden. Sie haben auf Ihrem Laptop E-Books gespeichert, die Sie gerne auf Ihrem Tolino E-Reader lesen möchten? Dank des Tolino WebReaders geht auch das. Unter Meine Bücher können Sie PDF- und E-Pub-Dokumente von Ihrem Rechner direkt in die Tolino Cloud hochladen. Öffnen Sie dazu das Dropdown-Menü oben rechts und klicken Sie auf Hochladen. Dann einfach das E-Book oder PDF-Dokument auswählen, das Sie in Ihre Tolino Cloud hochladen möchten. Sobald der Upload abgeschlossen ist, steht Ihnen das E-Book oder PDF auch auf jedem Ihrer Tolino Lesegeräte zur Verfügung. Verwalten Sie Ihre Lesegeräte mit dem Tolino WebReader einfach und bequem. Erweitern Sie Ihre Online-Bibliothek jederzeit um E-Books oder PDFs von Ihrem Rechner und genießen Sie noch mehr Geschichten.